Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live. Wir machen natürlich sofort hier auf Fortsetzen und schauen mal, was wir in unserer schönen Welt alles so verbessern können. Wir sind natürlich wieder bei 10.816 Abonnenten da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und bevor ich jetzt mal anfange, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, heute 24 Stunden Livestream nicht verpassen einzuschalten. So, wir haben gerade Kohle bekommen. Das lange erwartete Spiel spektuell... Okay, alles klar. So, Spiel wählen. So, ich muss euch alles sagen, Leute. Ich habe in der Vergangenheit einige Fehler gemacht. Das ist mir jetzt langsam bewusst geworden. Und ihr habt mir natürlich geholfen, diese Fehler zu entdecken. Ich habe letztes Mal ein Preview zu einem Spiel gemacht, wovon ich schon drei Gameplays gemacht habe. Und das war ziemlich dumm. Das möchtet ihr in Zukunft vermeiden und auch nie wieder tun. So, Counter-Strike. Wir machen mal ein kleines Gameplay. Und dann werden wir ein paar Sachen machen, die ihr nicht von mir erwartet hättet. So, es gab übrigens auch ein Update. Deswegen sehr schön zu sehen, dass wir jetzt auch neue Möglichkeiten haben und die Karten anders aussehen. So. Lustiger Kommentar? War nicht richtig. Ich habe immer noch nicht ganz gecheckt, was ich hier für Karten auswählen muss, damit sie gut sind. Zweimal Ton. Ah, warte mal. Ah, ich glaube, das ist sogar richtig. Kann das sein? Aber hier steht nichts. Also unlustiger Kommentar. So, wir haben keine Dingens mehr für den hier. Also Aufnahme und weiter. Okay. So, dann gucken wir mal. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. So, dann machen wir hier noch einmal Farbe zuordnen, damit wir hier 3 haben und den Titel wählen, damit wir hier auch 3 haben. So, dann habe ich noch zwei Renderpunkte, das reicht nicht und dann machen wir einfach mal Rendern. So, Interesse liegt bei 73%. Videoqualität bei... Oh, 219 in der Nachbearbeitung. Nice, das ist auch wieder ein neuer Rekord. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall wieder einiges geleistet. Yes. Und wir müssen was essen, sehe ich gerade. Wir laden das Video hoch und gehen erst so was essen. So, und danach werden wir nämlich lernen gehen. Wir müssen lernen, Leute. Weil ich sonst nämlich ziemlich am Arsch sein werde, weil das Prüfungsdatum rückt immer leer. Und haben wir da... Ich bin relativ schlecht noch für die Prüfung vorbereitet. Ich habe jetzt sechsmal gelernt und ich möchte auf jeden Fall gut vorbereitet sein, damit meine Mutter nicht wieder Stress macht. Also lernen, lernen, lernen. Dreimal lernen. So, ich habe nämlich gestern mal ein bisschen was angeguckt. Mein lieben Gamers Time, der hat mich gestern gestreamt und hat gezeigt, wie man relativ schnell an Abonnenten kommt. Und er hat einfach dreimal lernen gedrückt, damit es auch wirklich abgeht bei ihm. Das lang erwartete Spiel Small Turismo 4 wurde von Hondi Blabla. Okay, dann werden wir gleich mal... Jemand ruft an. Magst du deinen derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin mir sicher, dass du das nicht tust. Nobifone bietet dir eine schnellere Internetleitung. Du musst nur 20 Dollar dafür zahlen. Ähm... Eine schnellere Internetleitung brauchen wir noch nicht. Das ist mir noch zu teuer. Guter Fang. Telefonanbieter versuchen immer neue Sachen zu verkaufen, aber die Internetleitung bleibt immer dieselbe. Ho! Alles klar! Nice. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die richtige Entscheidung getroffen. Scheint eine gute Aufnahme zu werden hier. Scheint eine gute Aufnahme zu werden. So, wir sind zurück. Wir haben dreimal gelernt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, hat sich das irgendwie verändert? So, nice. Wir sind sogar schon ordentlich dabei. Ähm... Jetzt haben wir aber das Video schon hochgeladen. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz eben einkaufen. Und werden mal ganz kurz gucken, ob es neue Spiele gibt. Das ist nämlich wichtig. Das ist wichtig, meine Freunde. So, was haben wir denn hier? Planet Wars, Cutter 2. Failout. Hm. Februar der 15. Wo sehe ich denn das fucking Datum? Was für ein Datum haben wir denn heute? Ich muss doch irgendwo das Datum sehen hier, oder? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz eben hier wieder raus. Fortsetzen. Ich mache mal Escape. Wir haben heute den 23. Februar. Okay. Wir brauchen ein Spiel, was neu ist auf dem Markt. 23. Februar. Der 8. Februar, 15. Februar. What the heck? Okay, das ist relativ neu. Ähm... Also kaufen wir erstmal einmal das. Aber davon jetzt ein Preview zu machen, wäre dumm. Weil das nämlich... Ne? So. Hi, ich bin dein Nachbar. Darf ich mir ein paar Spiele von dir ausleihen? Äh, nein. Dein Nachbar ist sauer auf dich. Der soll sich verziehen. Ist mir doch scheißegal. Jetzt habe ich jetzt hier meine Spiele verleiht, die ich brauche. Ich kann aber meine Spiele auch verkaufen, habe ich gelesen. Ich kaufe erstmal das Spiel ein. Failout erscheint bald. Heavy Failout erscheint bald. Wir haben doch den 24. Februar. Achso. Erscheint bald vielleicht, weil, äh... Moppet. Weil das jetzt da ist. Ja, okay. Wir machen direkt ein Gameplay dazu. 100. So. Wir machen aber ein Gameplay dazu und kein Preview, weil das nicht jetzt vor ein paar Tage auf dem Markt ist. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn man zu so einem Spiel auch ein, ähm... Ein, äh, Preview machen kann. Also ich weiß nicht, ob das kanalabhängig ist. Nice Ass. Intro mit Logo. So, was haben wir denn hier? Ähm... Sehe ich irgendwo, was ich jetzt am besten wählen kann? Lustiger Kommentar. Was haben wir denn hier? Mal zwei Schauspielerei. Mörderischer Blick. Oh, yes. Das war gut. Das war gut. So, was haben wir hier? Unlustiger Kommentar. Und danach ist es auch schon wieder vorbei, ey. Da kann ich wieder... Da habe ich keine Punkte dafür. So, weiter. Äh, zack. Zack. Oh nein, dann haben wir einen scheiß Übergang. Und das ist gerade der hier. Äh, dann können wir auch genau so mit denen machen. Ist das richtig? Ja. So, wann haben wir denn hier? Äh, weicher Fokus. Und Titelbehebel. Weil der hat da schon neun. Haben wir ein relativ ausgeglichenes Video. Gucken wir mal, wie es so ankommt. Inhalt. Boah, krass. Okay, gar nicht so schlecht. Interesse liegt bei 66. Gucken wir mal, wie das Video ankommt. Hochladen. Und ich bin müde. Und meine Mutter will mir was von mir. Was will sie von mir? Du hast eine ganze Menge in dieser Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Ja, alles klar. Meine Mutter ist zufrieden. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir jetzt erst mal pennen, weil wir sind Arschmutter. So, wir haben neue Karten. Übergang in schwarze, formelle Begrüßung und lustige Kritik. Wir machen mal einfach lustige Kritik. Hä, habe ich die jetzt ausgewählt? Oder habe ich jetzt alle drei bekommen? Ich weiß es gar nicht. Das lang erwartete Spiel Impossible. Beat wurde von Nintendo. Achso, da haben wir die Konsole gar nicht zu. So, wir haben gepennt. Hallo Zander, ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe keine große Erwartungen, aber ich habe... Warum lacht er alle Frauen aus? Er lacht immer alle Frauen aus, die reinkommen. Okay, komm, gehen wir mal mit der Alten ins Kino. Zieh dich um. Okay, äh... Warum soll ich mich umziehen? Zum Event gehen. Hä, drauf geschissen. Ich ziehe mich doch nicht um. Ich sehe immer gut aus. Ich habe immer die gleichen Anziehsachen an. Auch wenn ich ein bisschen stinke. Ich kann alles machen. Ich kann duschen, ich kann essen, ich kann schlafen, aber ich kann nicht duschen. Was hat das zu bedeuten? Soll es etwa heißen, YouTuber duschen nie? Oh mein Gott, das ist hier die gleiche Event-Location wie letztes Mal. So, der soll erstmal da abhauen hier. Reden. Okay, ich muss versuchen, mit der mal ein bisschen bessere Kompatier aufzubauen. Also, wie lange dauert das? Äh, sind wir jetzt mal ehrlich, ne? Die Alte ist nicht leicht zu beeindrucken. Richtig nervig, Mann. So, wir suchen uns mal hier den Platz aus. Wir sind schon im Kino. Oh Mann, jetzt muss ich hier eine Minute sitzen und mir diese Scheiße geben. Okay, das ist jetzt genug. Ich gehe jetzt. Okay. Willst du dich unterhalten? Wer ist denn Van? Worüber, okay. Chat. Ich habe eigentlich keine Zeit für sowas. Also, lernen. 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 Und wer muss repariert werden? Chat abbrechen. Yeah! Geh lernen. In der Zwischenzeit soll der Techniker sein... Nein, ich will mich nicht unterhalten. Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. So. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Ändert sich das live? Oh, da kommt schon die Prüfung, Leute. What? Hallo, magst du meinen letzten... Alter, nein. Ich will das nicht. Ich habe diese Woche genug gelernt. Jetzt wieder zur Prüfung. Deine Noten im Test. Zwei plus. Das ist bemerkenswert. Jawohl, akzeptieren. Nice. Meine Mutter kommt sofort mit. Jetzt kriege ich einen Lob. Jawohl. Du verliest ja mit dem Ende. Du solltest es mehr aufnehmen. Nein. Fantastisch, ein zwei plus. Ist eine wirklich gute Note. Ich bin so stolz auf dich. Also kriegst du 50 Dollar als Belohnung. Mach weiter so. Okay. Sehr schön. So, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine gute Note. Ich habe ein bisschen Pata gekriegt. Das ist gut. So, wir werden jetzt... Äh... ...verkaufen. Ich muss mehr Spiele verkaufen. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Ich kann das ja alles neu kaufen. Aber ich verkaufe erst noch ein paar Games. Das verkaufe ich auch. Das habe ich ja, glaube ich, gar nichts für bezahlt. So, jetzt gucken wir nochmal, ähm... Einkaufen, wann es neue Spiele gibt. Und gucken mal, ob wir... ...überhaupt schon was Neues überhaupt... Hier, das könnten wir zum Beispiel. Planet Wars. Aber wir kaufen das jetzt einfach. Kaufen. Gehen aber nochmal zurück und gucken, was wir bei PC World kaufen können. Ob wir nochmal irgendwie neue Technik oder so kaufen können. Mikrofone haben wir eigentlich ein gutes schon. Zumindest das Beste. Maus bringt nichts. Monitor bringt auch nichts. Kopfhörer... Schnittprogramm. Okay, ich weiß nicht. Okay, Leute. Ihr müsst mir gerne bitte in die Kommentare schreiben, ob es Sinn macht, sich einen neuen PC zu kaufen. Für 250. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade den hier. Und ich könnte den nehmen. Der hat acht Blitze hier. Keine Ahnung, was mir das im Endeffekt bringt. Okay, können wir eine Konsole kaufen? Boah, Alter, sind die teuer. Junge, 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 ey. Okay, wir bleiben ja erstmal bei unserem Standard-Ding. Erstmal kurz das Essen. Danach das Spiel öffnen. Und danach ein Spielaufbund. Ah, nee, das Spiel... Er hat es ja schon geöffnet. Auch nicht schlecht hier. Okay, so, sehr schön. Dann machen wir hiervon ein Gameplay. Aber der soll erst mal was vorhören. Der Freund meiner Freunde. Was ist das? Du bist so offen, dass es für dich überhaupt kein Problem ist, neue Freunde zu finden. Einen neuen Freund muss ich finden. Gibt 21.000 XP. Oh. Auch nicht schlecht. Okay. So, wir machen das Video. Ja, machen wir das erste Gameplay davon. Ich habe jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich wenig Lust, über die Titel umzuschreiben. Weil im Endeffekt, weiß ich gar nicht, ob das wirklich was bringt. So, Intro mit Logo. So, was haben wir denn hier? Mal so einen. Singender Kommentar. Professioneller Kommentar. So, jetzt haben wir noch acht Punkte. Das heißt, ich könnte zwei Vierer reinsetzen. Dann mache ich einen lustigen Kommentar. Und den Abspann. Auch nicht schlecht. Okay. So, damit haben wir auf jeden Fall ein relativ gutes Video, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken. Dass wir es vernünftig einsetzen. Warte mal. Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen und ich habe Videos nicht bearbeitet. Ich habe gehört, dass du da drinste. Ja, okay, mach das mal. 6,30 Dollar. Okay, akzeptieren. Machen wir. Das ist immer gut. Alter. Oh, jetzt aber. Skript richtig weit unten. Aber egal. Komm, wir machen das mal. Super, ich werde es dir zuschicken, wenn ich zu Hause bin. Ich werde es geschicken. Alles klar. Boah, alter Schwede, das ist ein gutes Video. Das hat 67% Interesse. Muss mal gucken. Aber ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So, hochladen. Let's go. So, wir haben nämlich nochmal hier noch was. Formale Begrüßung. Übergang in schwarze. Konstruktive Kritik. Äh, das ist nicht schlecht. Okay, sehr schön. So. Äh, oh, jetzt kommen da sofort zwei Frauen. Hallo, ich weiß nicht, heute Abend geht ins Kino. Nein, da habe ich keine Zeit für. Die Schule hat angerufen und hat mir gesagt, es ist schon eine Menge. Was, alter? Ohne Scheiß. Gerade lobst du mich? Jetzt bist du schon wieder stinkensauer. Ich habe nur ein Video aufgenommen. Ah, hat man doch ein Leben. Okay, Leute. Wir sind aber für die heutige, äh, mit der heutigen Folge am Ende angekommen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, lasst mir gerne ein Like da. Und schaut beim 24 Stunden Stream vorbei. Den Link findet ihr wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten twitch.tv slash summerrp. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.